Herzlich willkommen zur neuen Part 6 4 Franks mit den gleichen vier Leuten wie im letzten Part und ein random Slow Speck 282 auf der Bank auch die Sonntag Repark von Users Puls Fickdorf Schaub machen und los Störterallergiefickt nicht nur Dings Amputze und eine ganze Familie wird ausgrottet die sind nicht ganz oben kennengelernt und verstand das ist nicht im Bankraum sie sind in diesem Zwischenrunden das Leben um es nicht um er ist Standort der Pio-Gefahrgut werden können wir mal hier nach der Tau keine Munition mehr Okuba so gut und lang ja ich bin ich würde mich für das Leben Ja, das ist gut. Das mach ich auch mal. Man denkt an den Zuschauer? Was soll das denn, ey? Ganz neu. Ich denk an den inneren Frieden im Team. Ihr müsst ja was hören, wenn ihr gewinnen wollt. Oh, einer ist hier. Die haben Löcher in dem Nebenraum. Die haben Löcher im Nebenraum. Okay, und Jakar geht rein und ballert den einfach weg. Finde ich nett. Ja, nee, nicht schießen. Komm. Interessant. Okay, und der ballert noch einen weg. Interessant, interessant. Kann man bringen. Ficht gut? Muss man aber nicht. Das ist noch einer, glaube ich, ganz rechts. Können wir zu oben decken, oder so? Jung, Katz, alles aufs Letzchen, vorher. Die Wände. Ich hab Angst, wenn ich da jetzt vorgehe, dann ich mich da hinter uns. Diese Wände. Dann können wir, wie sie durchkommen, hinter dir. Die Wand hinter dir und die andere Wand. Dankeschön. Bernie, kannst du dich da hinstellen, zum hinten decken. Oh, wo man nicht mehr aufgemacht. Sag, bei dir höre ich Steps. Das kann nicht gewesen sein. Aber irgendwo hat... Alter, die Cabera leckt so rum, Alter. Die leckt wie der größte Morgen. Huren lecker. Mann, 100 Ping, die Fotze. Einer war noch hinten. Und der Rest, ich weiß nicht, wo der letzte ist. Sag, kannst du ne Drohne noch fahren? Meine ist gemutet. Okay, ich hab den Mute. Der ist im Raum. Nee, ich hab keinen mehr. Ich hör den im Raum. Warte. Ich markier... Ja, Letzten ist hier, Steps. Du kannst ihn peeken. Mute. Der hat grad geguckt. Kannst du nochmal schießen? Ich seh ihn nicht. Ich seh seine Schüsse, aber nicht ihn. Einmal so kurz durchs Bild gerannt. Er ist hinterm Behälter. Können sie sein und vernetzt, ist da. Oh nein, unsere Position. Rende Position ist gefährdet. Nein, er hat mich weggepiekt. Der ist hinten in der Ecke beim Fenster. Ist Puls. Hinterm Behälter, Sub. Fuck, oben sind noch die... Der ist hinterm Behälter. Das war nicht müde, Leute. Oh, wegen Cabera hat... Oh, Leute, der hat sich selbst gekehlt, der Puls. Geh rein, tap. Cabera ist hinten bei Bernie. Bernie, komm zum Raum. Komm mit. Schnell, renn schnell, Bernie. Zum Raum. Schnell, 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 schnell. Durchrennen. Bernie, rennen durch. Und positioniert durch. Einer deckt das Fenster und einer den... Das hat Bernie, komm... Die Tür! Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Hört man mich noch? Ja. Ja, ja. Wir waren nur sehr konzentriert und nicht verantwortlich. Ich bin auch gemäßt. Faceplant gegen die Tausend. Das ist ein bisschen schmerzhaft aus. Der Puls hat sich hier selber gekillt. Der hatte zu viel Pressure. Ähm, unten. Ganz klar. Der Puls konnte mich wegpieken, weil Cabera den random hinten interrogated hat, ey. Bernie, da hättest du, wenn der, wo, wenn der random interrogated, dann hättest du hinterher gehen müssen, wenn da, wo der verletzt war. Und die, den nicht gekillt hat. Da hättest du ihn wegmachen können, die Cabera. Wir müssen den Bio-Gefahrgut behälten. Heiß Block All Walls. Ne, machen wir nicht. Ne, wir spielen zum ersten Mal Sieg und wissen nicht, dass man einen Rienfroß spielt. Ne, der Rienfroß hat jetzt Sieg. Das Traurige ist wahrscheinlich Spieler so mit Leuten, die muss ja den ganzen Leuten spielen wegen seinem Level, die halt nicht wissen, dass man einen Rienfroß haben kann oder so. Oh, da hat das nicht... Was kann ich denn noch, Rienfroß? Rienfroß kaputt. Deine Anus. Bei Bernie rattert's gerade. Du so, bei dir und Bernie so. Hat's irgendwie so eingehaut und hat mega so wie so ein... Ja, das ist so mega erschreckend. Wie kannst du nur so was sagen, Junge? Ne. Der hat den Bio-Gefahrgut behälter lokalisiert. Also, du solltest dich was schämen. Hamburger, Junge, ne? Hallo, mach die Tür zu rein. Drohne kommt durch die Tür. Ich muss wieder den kaputt machen, die hängen immer nur Türhüte drin. Zap. Warum blockst du die Endbombe? Ne, guck, okay, und so random ist schon tot. War der einfach in der Garage... Ist der einfach in die Garage gerannt? Ne, der war im... Im Abflussgang, der... Im Abflussraum vom Abflussraum. Oh, guck mal, oben ist einer drin. Ja, wo, wo, wo? Ähm, da wo die doppelten Doppelfenster sind, in diesem Raum mit den Looten. Okay. Hat mich fast zwölf Leben. Hab ihn. Danke. Hast du ihn gut abgelaufen? Ich hab ihn assist bekommen. Kannst du mir ein Erdgeschuss gefust? Oh, da kommt was, Koper. Kannst du mir einen Fuß schießen? Wo bist du? Ich bin im CEO-Büro. Ah, ne. Aber pass auf, die Treppe auf. Oder soll ich zu dir kommen? Ist das safe? Komm zu mir rüber, komm zu mir rüber. Ja, ich gucke eben Treppe, ob da einer ist. Sieht gut aus. Ich komm. Bitte. Töte mich nicht. Hoffentlich geht es gut. Nicht wie bei mir damals. Ich hatte zwölf Leben, also ich hatte noch relativ viel. Bei dir hatte ich fünf oder so. Habt ihr... Dankeschön. Ja, bitte. Schon... Das zweite Mal, dass wir heute das Leben hat. Ähm, habt ihr da unten schon irgendwelche... Koper laggt? Oh nein, Koper fliegt. Nein, nein, nicht fliegt. Koper rennt auf der Stelle. Nein, der rennt auf der Stelle. Oh, fuck ey. Nee. Kacke. Fitschtrone kaputt. Wenigstens habe ich noch einen gekillt. Das ist mit Koper echt kacke. Bei Reign. Ja, Siege ist richtig scheiße. Also dieses Spiel... Kann ich bei CSGO oder so? Oder bei Rocket League? Hier ist einer. Guck mir die Kameras, Koper. Einer ist, glaub ich, oben bei mir. Fuse im Nebenraum hier drüben. So eingefused. Irgendwo. Ach Gott, nein. Ich hab den doch eigentlich gedrückt. Er vorm Fenster war. Er vorm Raumfenster. Ich muss ganz von oben rennen. Wie, ich sie echt schon wieder nicht gestorben, ey. 15 Prozent. Das ist echt so. Einrüstung. Okay. Hattet ihr auch gerade eine Menge komische Killcam? Öh. Okay, ich hab erstmal so eine Killcam, dass sie in diesem Bank... ...dass sie im Tresorraum war. Auf einmal teleportiert sie sich da hin und killt dann jemanden. Das war mir ja komisch. Ne, aber wirklich... Egal ob... ...Bowowatch oder... ...CS oder Rocket League oder was auch immer. Wenn ich da Probleme hab, dann ist es nur so, dass ich dann irgendwie so stehen bleibe und so... ...und dann rumlege. Aber Siege ist das einzige Spiel, wo ich dann immer rausfliege wegen diesem Müll. Das regnet mich auch richtig auf, weil ich halt im Moment leider nichts dagegen machen kann. Ich kann nur... Nur heulen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Man schaust mit Bohren aus. Das ist nicht so einfach. Wie schaut's mit Bohren aus? Jetzt sag ich auch immer, Pär. Was hat er gesagt? Wie schaut's mit Bohren aus? Der muss jetzt localisiert werden. aber so direkt im Wohnzimmer so ein Loch zu bohren in den Boden die sind in die und wir haben auch können zumal drüber und erpfloppt mit der Lande und dort und braucht halt ein Schild der das Bord und ins Wohnzimmer ja, bohren einfach. Einmal Handwerker bestellen Leipziker der kann es bestimmt in irgendeine Ecke liegen, so mega sneaky euer Huta steht auch bestimmt im Wohnzimmer auch nicht direkt im Raum, oder? in der Mitte, wie so eine Statue auf so einem Verdessen auf so einem kleinen selbstgebauten Podest mit drei Schraubplatten zusammengeschmackst mit Kerzen und so ein Bild ja, so Lampen von der Regen, die sich von der Karpa verabreden kann Duftkerzen äh, was? Wo genau waren die? äh, in der Küche, da im Büro, im Erdgeschoss da wo es das lange Fenster gibt? ja ok geht aber nicht ganz falsch da unten hat einer Reen vor, äh, barrikadiert ich glaub, die wollten Spawn King machen vorhin Schöne weil es keine von uns gespawnt haben so, ich hab's jetzt eigentlich auch gar nicht leer so, ich hab's jetzt eigentlich auch gar nicht leer Benni, hast du jemanden angeschossen? ja, da steht genau das LMG einer ist am Fenster, Benni, weg, weg, weg ich hab nichts mehr einer ist hier am Fenster bist du safe? ja, aber da können gleich eine vorkommen bei denen Puls ist da, Puls, der weiß, wo wir sind oh nein ne, hat gefällt Puls ist tot komm schon, geh deine zu, senden geh irgendwo rennt hier rein einer ist oben ich hab oben was aufgehen hören das hab ich gemacht ich bin nervös, irgendwo ist hier rein ich bin nervös, irgendwo ist hier rein ich bin nervös, irgendwo ist hier rein ich bin hier bei dir Schade Spray in Tray Deagle bist du bei der Hibana? ah ja, die hat mich interrogated mich fuck das ist warum nicht hab sie ich bin rausgeraufen ich geh safe, ich bin raus ich bin safe ach Gott ach nee sorry, ich hab gesehen, wie du gestorben bist aber genau da, wo du dann fertig interrogated wurdest, konnte ich dann runterjumpen war es leider schon zu spät what the fuck, da steht das Tachanka LMG ich bin dann von oben runtergesprungen, konnte easy messen und so das war voll witzig in dem Nebenraum mit dem, äh, Küchen-Nebenraum ist, äh, der Lord... ich hab keine Drohne mehr ich hab auch keine Drohne mehr ich hab auch keine mehr fuck, wir sind gefickt 15 Sekunden übrig wir müssen rein 10 Sekunden feindliche Aktivitäten Bedrohung neutralisieren im, im Nebenraum im Nebenraum im Nebenraum, Copa nur noch einer vom eigenen Truppen letzter verbreitender Gegner nix oh wow der war aber nicht im Nebenraum ja, Benny oh ich hab geschaut, der Lord im Nebenraum ich hab mit Nebenraum, hab ich den da hinten gedacht ja, der Nebenraum ist, äh, da wo Frost steht, die Tür, das der Nebenraum war der Lord deswegen hab ich... dann, dann sag, den hab ich gekillt, nächstes Mal ich hab mit Nebenraum, hab ich den hab ich gerade durchgemacht wegen dem Callout hab ich halt zum Nebenraum geguckt, aber die Küche war halt der Lord und deswegen konnte er mich easy kennen ich hab mit Nebenraum in der Küche gemerkt ja, das war halt, weil es zwei Nebenräume gibt, ist das halt lieber Küche das ist halt... und sag, sag nächstes Mal lieber, dass ich den gekillt hab oder so dir... lieber Input auch anstatt Nebenraum einfach sagen, so direkt vor dir, Copa, oder so schau nach vorne oder so na, ist gut, ist gut gelaufen, aber mit Nebenraum haben Copa und ich, glaub ich, den gleichen Raum gedacht ja wir müssen den Bio-Gefahrung werden ja mein Fall hatte... hat dieser Callout zwischen dem und dem Motoren ich bin ja guck mal, haben die oben nicht gekillt vorhin? mhm da, da hab ich Bug getötet als ich dich geertet habe kann der Renner bitte jetzt nicht in die Kloake laufen? könnt ihr noch offen lassen, obwohl es noch zu spät wird äh, du musst hinter Kloake hinlaufen, Copa, oder aufmachen ich hab... was ist Kloake? ähm keine Ahnung, da hinten weißt du was ich mein? da waren die Phonen ganz schön schnell da ist auch der einfachste Einstieg eigentlich, ne? da ist auch der einfachste Einstieg eigentlich, ne? da ist auch der einfachste okay, der Renner-Parl aufmacht, was du willst? oh, tja, Karl, der wird mich eh wiederfinden, dieses Hurenkind wo sind die eingestiegen? gut ich lage Kandevitation seitengasse nisch er ist von oben reingerasht er ist von oben reingerasht von oben in den Etagen einfach darüber rein gelaufen da ist er ja, das ist gut Lobby sieht grad leer aus Lobby bin ich drin oh ich bleb angetwitscht Danny, helf mal Sub doub da im Raum ich hab schon, ich hab's schon die Uhr noch vor mir Lobby ist immer noch leer ja ich bin in der Lobby die Kamera kann ich gucken, um die muss ich nicht gucken Der Pipo hinten, der Pipo oben bei der Ashes an Ja, das hab ich auch gelesen Von wo fusen die? Hinter vom Kanalraum ist die Camdown Da in Richtung war was Ich geh mal da hinten langsam in den Kanal was, weil ich geh da auch an den Seite Achso, okay, dann geh ich woanders hin Auf die Tür schießen sie bei dir, Sub Ja, ja In der Tür kommt rein, Sub Das random läuft raus, ich will sie bei der Seite flinken Glasses Garage ist low Glass hat 20% Leben verloren Hat 80% Auf die Garage, drückt der random, drückt die Garage Ne, guckt er nicht, er guckt auf die Kanalisation, wo Kupa ist Oben Luke, die sind hinten im Tresorraum jetzt eingestiegen Luke über ihn Oh, hat er ihn? Nein, er hat ihn nicht Oh, der random veraimt Guck mal Garage Komm, oh, Guck mal Ich hab ihn erst verletzt, erst verletzt Ja, da ist noch einer, vor sich nicht pieken, da ist noch einer Jetzt vielleicht versuchen, ihn vorzubringen Er ist rechts weg Rechts weg, rechts weg, Opa von dir, rechts weg In der Garage seh ich grad keinen Bei mir da, bei mir ist er Da, da gerade zu Wuuu Er ist wieder verletzt, nice Ne, das war nicht gestern Da, da ist Lash auch noch Das Lash ist auch noch, Opa Der ist Restore, ne? Ja, Ressource Spiel safe, geh sonst zurück Opa Spiel einfach safe Komplett safe Gar nicht piep Stell mir einfach so hin, ne? Ja, ja, ja Ja, er muss jetzt kommen Sub könnte ihn holen Außer er ist jetzt komplett rumgelaufen Ist es tödlich Ja, das finde ich auch schon schnell Hier kriegst du viel als gelohnt Der Dings hat wirklich den Fuse Ich hab keine Ahnung, wie ich den noch erwischt hab Ich hab einfach noch panisch quasi beim Ausweichen noch geschossen Ich hab gedacht, dass wär wieder der Glast gewesen, der wiederverletzt war Hab ich erst mal Ja, dachte ich auch Aber das war, das war dann der Fuse Komm schon, ey Ich bete zum Now or never Super Ich bete, ich bete schon hier als Atheist Komm schon Was braucht's hier? Eine Hibana oder eine Firmheit? Es gibt doch hier viele Lupen, deswegen nehme ich lieber die Hibana Ich nur, warum haben die zuerst verteidigt? Ne, die haben im Angriff gewonnen, die haben noch gar nichts verteidigt, die können auch überall sein Ich muss den Blitz am besten Den Milo-Barno der Hölle Logalizieren Buck 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 und Jack o'Kell Ich hab mal einen Jack o'Kellger Kürchenraum ist nicht Schnelles Schnelles Und die Keller 狙 die sind ja ich möchte die Geräte und ich will auf sich da war was soll jetzt mal ganz gut funktionieren und 5 Sekunden bis 1 Oh, jetzt sponne ich doch noch hin. Okay, ich geh nicht durch die Garage. Na, dann kann ich mitzappen mit mir. Und Bernie auch quasi zum Fertschirm. Nein, nein. Einer ist in der Garage. Kapkan. Ich hab ihn markiert. Mein Dronen ist aber tot. Ja. Okay, gut. Ich hab kurz einen Herzinfarkt bekommen. Kapkan in der Garage. Vorsicht. Ich glaub auch, wenn ich jetzt seit Disconnecte, wär's nicht gut, wenn ich so eine wichtige Rolle nehme oder so. Wenn du versteht. Ja, alles gut. Also versteht mich. Jetzt gleich hier in der Ecke. Der war direkt hinterm Auto vorhin. Alla, der kann mich irgendwie treffen. Ich hab ihn durchs Auto gesehen. Du kannst durchs Auto schießen. Ich weiß, aber... Pass auf, Bernie. Ist der wieder links in der Ecke? Werder musst du mit Pace... woanders hin? Pace peaken oder so. Bei mir hier hinten sind zwei, die aim mich ab. Wie ist das schon wieder möglich, ey? Dann freu ich mich auch. Wie kann ich den nicht mal sehen und er kann mich schon umbringen? Bei mir auch. Der ist strange. Der hat mich schon in der allerersten Runde so komisch. Jetzt ist er tot, aber leider auch die zwei. Schön random. Aber hier sind dann zwei vorhin. Nur noch ein Gegner. Der Typ hat so lang. Oh, gerade zu lang. Das ist hinterm Schild. Don't run through Captain Trap. Tachanka. Links. Kommt ihm das mal eben aus. Links. Wo, links? Left side. Left side Tachanka. Genau. Links im Tresor da. Hockt er einfach. Wo? Traum ist leer. Links Bernie jetzt. Können sie aber durchrennen. Ich würde da durchlaufen, oder? Es ist ja am Ende des Gangs. Er ist links direkt im Raum. Okay. Warte, ich hab mal. Ich hab mal, ich hab schon mal, oder? Einer, ich hab mal, ich hab mal. Alter, das war so, was zufrieden. Ey, die ist links mit dem Schild. Du kannst ihn nicht treffen. Der hat ein Schild. Dann würde ich, dann würde ich, dann würde ich durchrennen. Du musst es versuchen. Renn durch. Siehst du, ich hab gesehen, dass es ist. Ich hab doch gesagt, es ist noch Bernie. Geh da weg, man. Er muss vom... Aim die Tür ab. Aim die Tür ab. Aim die Tür ab. Jetzt, jetzt, in ein Fenster, Fenster, Fenster. Bernie, wenn der Raum auf einmal umkämpft ist, ist doch klar, dass der dann rechts ist. Was guckst du denn noch auf die Tür? Bei Bernie muss man... Bernie muss unbedingt Reaktionen üben. Und die Reaktionen sind das, was Bernie oft immer an den Arsch kostet. Wir müssen das quasi für ihn bemerken. Vision. Vision. Aber hey. Das ist ja nur Vision. Wir haben ihn mal gewonnen. Ja, unglaublich. So, und der eine war unkoscher da. Der Fan-Vampir, der war auch. Ja, der war... Na, wir gehen immer sicher. Ich hab noch zwei Matches. Einmal sicher gehen. So, verdächtiges Fall mit dem. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich zu einem weiteren siegreichen Part. Bis dann und ciao. Ciao.